Und hey Leute, ich bin Ado hier und willkommen zu Giant... Was ist das? Giant... Giant... Ist ein Wortspiel. Ist lustig. Ich nenne das Spiel aber einfach mal den Ameisen-Simulator. Ich habe übrigens jetzt mein neues Mikrofon hier. Und ich bin mega unsicher, wie ich das jetzt richtig benutzen soll. Wie ich mit der Tastatur und so weiter. Deswegen starten wir einfach mal die Demo. Welcome to... Keine Ahnung, liest sich nicht durch. Okay. Holy fuck, wir sind wirklich eine Ameise. Wir haben fünf Leben. Ameisen sind doch krass, oder? Ich kann doch bestimmt das da... Was kann ich denn jetzt... Ich versuch... Okay, entscheidend gibt es einen Button, mit dem das Spiel einfach crasht. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Anscheinend crasht man bei diesem Stein. Der Stein ist böse. Ich wurde gerade im Ameisen-Simulator gejumpscared. Ameisen ist doch stark. Oh, ich kann springen. Klingt so Ameisen, wenn sie springen. Ich finde es schon ganz geil. Guck mal, wie das Licht. Eine Möcke. Möglichst ein Böse. Guck mal, das ist ein Mensch. So richtig langsam am... Kann ich die Mücke irgendwie angreifen? Kann ich... Dammit! Das ist saugefährlich, dieses Spiel. Das will mich alles umringen. Ich glaube, eine Ameise würde eine Mücke schaffen, oder? Ich meine, Ameisen sind doch viel stärker als eine scheiß Mücke. Ich habe das Spiel, glaube ich, wieder gequashed. Ich habe 5 und 6 gedrückt, die Tasten einfach, und ich glaube, das Spiel ist gequashed. Das Spiel mag keine Zahlen. Drückt niemals Zahlen in diesem Spiel. Ich glaube, es ist gequashed. Äh... Okay, ich habe mir jetzt mal durchgelesen, was ich machen muss. Ich muss dem Radar unten folgen, und ich muss Süßigkeiten aufsammeln. Das, was ich vorhin gemacht habe, war einfach komplett nutzlos. Rot in der Richtung, aber dahinter ist... ...was Grünes. Denken wir, das Grüne ist gut. Und dann gehen wir jetzt, hier vorne, mit unseren Ameisensprung. Gehen wir jetzt, da vorne, zum grünen Punkt. Ah, da chillt einer auf der Bank, okay. Nice. Er sieht ein bisschen fett aus, oder? Das ist einfach... ...das Schatten, der den Fett aussehen... Okay. Hast du die Süßigkeiten hier versteckt? Lass mich dich erklimmen. Wie sieht es... Äh, auch doppelt. Das Leben als Ameise ist echt hart, ey. Hey, eine andere Ameise. Ist es doch, oder? Hey, buddy. Du bist... Du bist rot. Hi, buddy. Was geht's? Hey. Hey, mates. Hä? Oh, der redet. Oh, der redet. Oh, Gott. Oh, die Spinne ist ja scheiße. Oh, fuck off. Oh, die Spinnen sind ja scheiße. Oh, was machen die Spinnen für scheiß Geräusche? Lass mich bitte hier hoch. Lass mich bitte hier hoch. What the fuck? Aber die Ameisen sind super. Aber die Spinnen... Oh, äh. Oh, schädig mir jetzt hier drauf. Ich gehe einfach mal weiter. Ach, ist das vorne schon was Süßes? Haben wir es gefunden? Hey, wir haben was gefunden! Fortschritt. Oh, fick dich, Mücke. Kann nicht eine andere Ameise kommen und mich retten? Ich gehe einfach weiter hier hoch. Hä? 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 Gibt es Fallschaden im Spiel? Ich habe nämlich Bock, das rauszufinden. Ich will so hoch gehen, wie es geht und einfach runterjumpen. Das ist wahrscheinlich einfach nur so ein kleiner Strauch. Und für mich wirkt so riesig, weil ich halt so eine mini, kleine, süße Ameise bin. Und so eine kleine Ameise. Und so eine Ameise sind super. Jetzt gehe ich hier hoch. Und... Oh, ich bin gefallen. Es ist einfach gar nichts passiert. Der ist zwei Kilometer gefallen und es juckt ihn halt überhaupt nicht. Ameise sind ganz schön harte Penner. Bestimmt ein Speedboost, wenn ich immer... Okay. Der Sound von der Spinne ist eine Geige. Hört, oder? Oh, ist das unangenehm. Oh, ist das unangenehm. Oh, ist das unangenehm. Okay, ich könnte wahrscheinlich noch ein paar Minuten jetzt in dieser Welt verschwenden, in der ich nichts mache. Aber ich würde sagen, das war es einfach mit der Demo von Giant... Ah, fuck, 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 fuck. Oh, es ist laut. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.